hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von faktorio und ja die folge werden wir das uranerz was wir da letzte folge freigekämpft haben oder zumindest hoppala zumindest glaube ich dass es letzte folge war werden wir anschließen und was man vorher nur ganz kurz machen werden ja die kann man mitnehmen das braucht letzten keiner mehr und irgendwo verbirgt sich dann noch bisserl kupfer genau meiner da ja und da drunter das werden wir da mitnehmen wenn er dann noch was reinladen kann dann machen wir das natürlich auch aber dann kann ich das schon mal weg tun das schon mal weg tun so und das sind wie viel 5,8000 würde sich mit einem meiner ausgehen dann muss die kiste weg so jetzt ist der ganze zug voll du hast geplant also warte mal kupferhausen posten lila kupferhauptentladestation leer voll ja da funktioniert irgendwas nicht ganz haben wir jetzt genug kupfer eigentlich ja tatsächlich ja genau weil ich habe da aufgehört stimmt 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 da ist immer noch vollgas am produzieren ich hoffe dass da jetzt nichts neues sich aufbaut hat weil sonst haben ein kleines problem naja zug ist schon wieder da sehr schön ich mache das für dich ich mache das für dich so so und dann machen wir einfach so der ist fast voll der ist voll der ist voll der ist voll der ist voll platz nein nicht wirklich nein so wurscht sind eh nur 5000 die kann man mitnehmen das kann man eigentlich alles mitnehmen ich kann mich nicht übern hoffen ja jetzt geht es sich auf jeden fall aus beide gehen jetzt ganz schön schnell so das wird jetzt ein leer so und jetzt was wir machen müssen ja da fliegt schon einer reparieren da müssen wir jetzt sagen da geht es jetzt geradeaus weiter so jetzt brauchen wir da natürlich wieder das da dann haben wir davor danach genau da kreuz da können wir nichts machen da kriegen wir kein signal her ja puhscht so jetzt nähde ich ganz gern wieder dieses muster was wir da haben und zwar da mit dem strom das mal alle alle zwei fahren wir einmal weiter weil dann ist dann sonst wegen kopieren bissel doof und dann kopieren wir von lampe zu lampe und dann brauchen wir nämlich einfach nur da da aha Nein, nicht meine ganzen. Stopp. Herkommen. Die machen sonst meine ganzen Dinger kaputt. Ah, wir haben gerade keine Uranmunition mit, deswegen dauert das verdammt lang. So. Sind wir hier kaputt geworden? Wie viel haben wir? Nein, immer noch 50. Passt. Da hat aber es nicht ganz funktioniert. Können Signale her. So. Achso, wir müssen da dann eh schon rüber. Okay. Wir haben glaube ich gerade im Moment leider keine... Ja, hätte mich auch gewundert. Keine Atomraketen. Ähm, nein. Da haben wir... Ja, da arbeitet alles. Perfekt. Da sind 1700 schon wieder drin, okay. Dann werden wir nämlich ein paar Atomsprengköpfe wieder herstellen. Und währenddessen können wir ja schon mal die... Äh... Die, na... Die Station machen hinten beim Uran, weil das sind ja keine... Keine Nester, die haben wir da ja alle weg dann. So, dann gib mir da mal... Dann gib mir da mal... 1200. So. Und dann müssen wir... Achso, ja, die ist immer noch nicht da. Hm, hoppala. Mein Gott, ich hab's aber auch mit einem Anfang. Warum ist da eigentlich nichts im Produzieren? Ah ja, stimmt. Das habe ich alles aufhören lassen. Aber... Das können wir jetzt wieder starten, weil wir eh genug haben. Produktionsmäßig. So. Dann kommt da das Uran rein. Und eigentlich können wir ja... Naja, nee. Lassen wir's so. Da stellt der mal die Sprengköpfe her. Dann haben wir Rohre. Äh... Ich weiß nicht, ob wir alle Sachen... Ja, wir müssten vorher vielleicht einmal kurz bei der... Mh... Da vorbeischauen. Nehme ich. Da. So, und zwar... Nehmen wir da jetzt mal alle mit. Kann es sein, dass wir welche brauchen? Steine. Brauch ich grad nicht. Äh, dann... Rohre. Weiß ich nicht. Brauch ich gar nicht so viele. Von denen will ich ein paar mithaben. Äh, dann... Dampfturbine. Keine Ahnung, warum wir grad Dampfturbinen mit haben. Brauchen wir nicht. Was brauchen wir sonst noch? Ja... Stapelgreifarme. Äh... Kisten. Bisschen Stahl. 25 Kisten. Da werden wir mehr brauchen. Dann brauchen wir Fließbänder. Teiler-Fließbänder. Könnten wir uns auch mal wieder welche mitnehmen. Weil nicht von den roten werden wir, glaube ich, gerade im Moment keine brauchen. Aber... Nehmen wir halt auch mal ein paar mit. Dann brauchen wir Schienen. Signale haben wir. Strommasten brauchen wir auch ein paar. So. Und... Ja, von den Stangen... Könnten wir euch auch wieder ein paar mitnehmen. So. Gut. Dann haben wir jetzt ein Zeug mit. Was wir auch brauchen, werden... Tanks können wir dann später machen. Motoreinheiten haben wir mit für Pumpen. Passt. Dann könnten wir jetzt eigentlich einmal... Äh... Da rauf fahren. Ja, die Nester müssten wir da halt dann weg machen. Das ist aber neu, glaube ich. War vorher nicht da. So. Dann haben wir da Uran. Weiß nicht, wie wir es mit dem Zug machen. Wahrscheinlich auf der Seite. Das heißt, wir können schon mal anfangen. Da überall... Dinger zum Herstellen. Und zwar haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann... Brauchen wir da... Um... Und da unten auch. Zwar nur bei den dreien. So. Und dann... Eigentlich ist es ein bisschen Verschwendung, wenn wir da was freilassen. So. 7.400. Da nicht mehr. So. Dann sind das jetzt... Wie viele? 125. Spinn's hier? Boah, gut, dass wir die jetzt denn da weggekriegt haben. Sonst hätten wir jetzt den blöd geschaut. Die wollten fix ein neues Nest da errichten, weil die sind einfach da so ziehtstrebig runtergrennt. Ja, ja. Weiß ich schon. Ich kenne mich schon aus. Ich glaube, wir haben zu wenig Fließbänder. Ja. Jupp, zu wenig Fließbänder. So, warte mal. Das hat Strom. Das hat Strom. Hier oben noch. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das ist doof. 22. 21. Ja, weißt du was? Dann werden wir einfach sagen... Ja, okay. Das ist 1. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 14, und 14, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 14, 17, 17, 17, 18, 20. Den Splitter habe ich jetzt gerade nicht, aber das praktische ist, wir können nämlich den durch die Karte kopieren und zack, haben wir ihn schon da. Es wird sich zwar, oder warte mal, 125, ich habe gerade nicht ganz im Kopf, wie viel einer schafft, aber da es doch eine relativ lange Strecke ist. Warte mal, gar nicht blöd, schau her, wir kopieren einfach, das alles, das geht wegen den Schienen nicht, okay, Moment. So, jetzt brauchen wir alles nochmal, und zwar von da bis da. Ja, jetzt von da bis da. Zack. Eine Station und, uh, da fehlt aber ein bisschen was. Eine Station. Kisten. Warum hat er mir jetzt ein 10 gesagt? Okay, interessant. Achso, nein, da waren es 10, 10 VD. Fließbänder, ja, und 29 Stapelgreif haben wir. Können wir jetzt gerade nicht machen. Aber ist wurscht. Den brauchen wir da zum Verbinden. So, das ist aber nicht Kupfer-Außenposten 3, sondern Uran. Haben wir da schon einen? Wahrscheinlich schon. Uran-Außenposten 2. Weil, dann ist das nämlich 1. Pass. So. Schienen. Weiß ich im Moment noch nicht, wo wir rauskommen, aber das werden wir eh schon sehen. Wie viel Raketen haben wir gerade? Äh, 14. Okay, damit können wir schon was anfangen. Ja, dann brauchen wir jetzt noch Fließbänder und Greifarme. Ja, wegen einem Beschützen ist halt die Frage, ob wir das wirklich machen. Jetzt fahre ich schon wieder an. Ui. Es wird wieder zum Brennen anfangen, alles da. Ja, eigentlich will ich da nichts aufbauen, weil es mich gerade nicht wirklich zart, aber bleibt uns nicht wirklich was anderes über. Weil sonst ist das kaputt. Das wollen wir nicht. So. Oh, jetzt ist dein Licht. Nehme ich mal. Dankeschön. – Bis zum nächsten Mal.